Ja, wie ist das mit den Galerien in WordPress? Das schauen wir uns in dem Video an. Grundsätzlich bietet WordPress schon ein Galerie-Feature, das allerdings noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, finde ich, denn es fehlt die Funktion, da durchzublädtern. Wir schauen uns an, wie wir das einbinden. Einfach hier wie üblich, plus wir gehen runter auf Galerie. Ich habe jetzt ein paar Bilder schon in der Mediathek, sonst möchte ich es halt hochladen. Nehme hier jetzt mal welche und füge die dann ein zu einer neuen Galerie. So sieht die Galerie aus. Wenn ich die anpassen will, kann ich hier auf die Dokumentübersicht und sehe jetzt, das ist quasi eine Galerie als Gruppe, so eine Art Gruppe von verschiedenen Bildern. Ich kann die da hinherziehen und kann natürlich hier auch ein neues Bild hinzufügen. Bild, da haben wir es hier, Mediathek und wähle mal das hier. So, das ist jetzt die Galerie. Wenn ich die dualisiere, mir anschaue, dann sieht das so aus, dass hier gar nichts passt. Was ich machen kann und meines Wissens ist das neu seit 6.4. Sorry, falls das nicht stimmt. Ich kann jetzt jedes einzelne hier anklicken. Ich mache es jetzt mal nur bei den ersten drei. Ihr seht gleich, warum. Wenn ich jetzt hier mir das anschauen, dann kann ich hier das größer schalten, aber ich kann hier nichts direkt links machen. Jetzt gibt es diverse Plugins, Lightbox, Galerie-Plugins. Eins davon ist das Miao Lightbox. Es hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Download-Zahlen, wird aber scheinbar im Moment noch zumindest sehr regelmäßig aktualisiert. Wenn ich das aktiviere, dann ist das schon aktiv. Wenn ich das aktiviere, ist das schon aktiv. Ja, okay. Gehe jetzt hier nochmal auf die Seite, rufe die nochmal neu auf und dann passiert eben Folgendes. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit durchzugrollen. Was jetzt hier passiert ist, hier kommt die Standard-Funktion nach vorne, weil ich habe ja hier das mit Klick erweitern. Das heißt, es kommen eigentlich zwei Varianten zum Vorteil. Ich sollte dann das mit Klick erweitern hier wieder rausnehmen, was natürlich schade ist, wenn dann die Funktion mit dem Hin- und Herscrollen dann bei WordPress wirklich kommt. Da muss ich das überall reinnehmen und das Plugin wieder deaktivieren. Gehe nochmal auf Aktualisieren. Hier nochmal drauf und kann jetzt hier eben durchklicken. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Einstellungen von dem Ding. Ich habe hier unter Miao Apps Lightbox die Einstellung hier im Reiter Basic. Ich aktiviere jetzt mal Title und nehme mal noch die Kamera dazu. Ich kann hier, gerade ich fotografiere auch gerne OP-mäßig so ein bisschen und da kann man dann eben auch noch hier das Objektiv, die Verschlusszeit, die Blende und so weiter eben mit reinnehmen, was ganz interessant sein kann. Hier muss ich nicht speichern. Das gibt es keine Speichernbox. Das wird sofort übernommen. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Reload gehe, dann sehe ich, hier hat es mit Checker iPhone L Pro. Hier steht 05 Lars und Undefined, wo nimmt er das her? Das ist auch noch interessant. Wir müssen hier wieder ins Dashboard, auf Medien gehen, haben hier die Bibliothek. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich hier den Titel mit Checker. Dann nehmen wir mal doch auch, was haben wir denn noch in der Lightbox? Was zu essen? Da steht an die Freund, was zu essen in Berlin. Blöder Alternativtext. Das wird auch direkt übernommen, wenn man das verlässt. Boden, Mosaikboden. Boden, Auswand, Auswand. Na, so. Machen wir zu. Gehen wir hier auf das Ganze. Klicke nochmal drauf, was zu essen in Berlin. Essen schreibt man groß, oder? Da habe ich nichts hinterlegt. Mit Checker, Mosaikboden. Das sind eben die Titel, die ich in den Medien hinterlegt habe. Ja, das ist die Variante der Galerie Ende 2023 von WordPress. Ich finde, den Vorteil hat es, dass man doch fast die normale WordPress-Galerie verwenden kann. Also die schon mit dem Lieferumfang von WordPress her kommt. Man braucht leider noch ein Plugin, aber das kann man später deinstallieren und muss halt dann bei den einzelnen Galeries noch die Option reinmachen, ja, im separaten Bild öffnen oder wie es heißt. Das Problem ist eben, dass es wahrscheinlich irgendwann mal nachgerüstet wird, dass man dann auch in der Galerie so durchklicken kann. Wird zumindest vermutet, es kommt darauf an, wie die WordPress-Entwicklung da voranschreitet. Es gibt gefühlt tausend andere Galerie-Plugins. Da muss man aber jeweils eine separate Galerie machen. Und das hat den Nachteil, finde ich, dass man da nicht mit den WordPress-Basisfunktionen schafft, sondern dass man da wieder was Zusätzliches hat. Und wenn das mal nicht weiterentwickelt wird, dann ist man halt noch blöder daran. Meine Philosophie ist immer so viel wie möglich mit Basis-Wordpress-Adding, aber das geht natürlich nicht ganz immer ohne Plugins. Ich freue mich natürlich über ein Like, wenn du den Kanal abonnierst, falls du noch nicht gemacht hast und das Video, was gleich eingeblendet wird, auch noch anschaust. Mach's gut, bleib gesund, bis gleich. Kuss Kuss Vielen Dank.